Ja, wunderschönen guten Tag, hier bin ich der Anik von Trinity Games und ja, ich würde mich gerne mal etwas vorstellen, wer ich bin, woher ich komme und so weiter und so fort. Ähm, und zwar bin ich anik, ähm, ja, komme halt aus Deutschland, nachher in Sachsen, äh, deswegen rät ich auch so kölnisch. Ähm, ich versuche, meinen Dialekt so weit wie möglich sich im Knochen zu verhalten, allerdings, ähm, manche Sachen kann man einfach nicht, äh, zurückhalten, weil die so im Sprachgebrauch drin sind, dass man merkt, woher ich komme. Ähm, ja, jetzt kann man schon Test ab. Und zumindest im Teil, irgendwie ist das irgendwie komisch aus. Handloch am Bild liegen, ähm, auf jeden Fall, ähm, welchen hast du auch Projekte erzählen, die bald kommen? So, irgendwie, öffnen wir mal Steam, Steam ist mal gut. Mein Account, MP98.d, könnt ihr mich gerne anecken, äh, Steam ist ja schön, freut mich, freut mich, freut mich, freut mich, freut mich. Ich hab auch auch kleinen Modus. Ähm, ja, meine Spiele, die ich so umgegangen habe, natürlich kommt noch mehr dazu. Äh, hab auch noch ne ganze Menge, auf dem 2. Steam-Account, allerdings, jetzt, heimlich ummelden, und deswegen, na egal. Ähm, ja, schön, dass das fett. Man. Okay, ähm, wie gesagt, das Spiel kann ich als Playt alle. Ich werde es auch bei mindestens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 davon machen. Also, es ist wie 2, 3, auf jeden Fall. 2 weiß ich nicht ganz genau. Mal, mal schauen, wie es noch so ist. Ich bin gerade selber an das Spiel. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, weil es 2, 100%ig. Wir haben einfach etwas geschützt. Let's 2, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe mir den ganzen Ruhschaften noch fehlen. Ups. Ähm, na, welchen ich nehme. Auf jeden Fall, dass es ein geiles Game ist. Die sind über die 50 Feinde, ich weiß. Ähm, das vielleicht auch, ob ich vor dem Tag spiele kurz. Ob das Video kommt dazu, mal schauen. Ähm, auf jeden Fall der Fett 2, mit einem Kumpel, so ein hammer game sein habt ihr nicht so viel zockt aber es macht was wahrscheinlich das auch ein hammer game kenne vielleicht noch nicht rein und so und dann noch dieses spiel 2 1 der besten spieler es für mich gibt einfach jetzt panzerflugzeuge greife sich an und so mir auf perfekt die drei und das wird und habe ich noch ich habe ich noch nicht okay ja genau also geht ja 4 kann man auch jetzt planen, Sainsaw 4 und was ich gefunden hab Video mal an der Konki gekauft keine Ahnung warum das jetzt so ist, aber ist halt so, es dauert halt dann angemeldet mit irgendeinem Account und ja, kann man auch jetzt planen das Zeug ja, was ich sagen, meine Fragen habt ab und mir die Kommentare, das ist spannend für die alle, weil sie nicht zu privat werden und dann denke ich mal, war ich das auch schon für dieses Video und hätte praktisch hier in schwarzem Balken machen